Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf dem Frühling von Kali, den Ultra Mapping Man! Ja, guck mal, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich fress hier im Besen. Wir haben es vollbracht. Es ist geflügt. Ich kann es nicht glauben, du. Wir hängen ihm das Ding hier ab. Wir wollen ihn zum Händler. Wir wollen... Sag doch mal schnell. Die Meerwecke abholen. Jetzt habe ich es aber auch. Und damit wir da weiter vorankommen, ne? Machen wir das eben hier hin? Boah, da sieht es ja wohl jeder, oder? Steht auch nicht im Weg. Alles klar, danke. Ähm, damit wir hier mal an Toch kommen. Wie? Damit das nicht so trägt. Machen wir jetzt mal die Tür zu, ne? Sicher ist sicher. So, abfort. Guck mal, die Gänge gehen rein. Ha! Läuft! Können wir auch vorn, ne? Ohne, dass wir wieder so ein schlechtes Gewissen haben müssen, das ja nicht läuft, und so, weißt? So, mit 32 kannst du auch womit schüsseln, dann geht das. Und wenn da ist ja ein Hof, da könnten wir dann rein theoretisch ein Drillerchen jetzt demnächst machen, ne? Da soll ja groß hin, weil da würde ich gerne so ein Bauerncafé irgendwie versuchen aufzubauen, ne? Ich finde das passt ganz gut zum Frühling mit dem Hofladen. So ein kleines Bauerncafé da hinzubauen. Aber da müssen wir jetzt noch ein Drillerchen machen, ne? Bis wir das machen können. Guck, Kalle und Kanine, ne? Denen geht's hier gut. Die sind tippitoppi zufrieden. Glaube ich mal, ich weiß das auch nicht so genau. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, Tanken brauchen wir nicht. Man, das ist viel wichtiger. Wir müssen mähen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das zieht. Müssen wir mal ein Testerchen machen, ne? Junder zu Junder. Das läuft. Guck mal. Machen wir ihm ein Bild? Druck. Dunkel. So Abflug. Guck, Opa hat Knötchen, ne? Ne, das ist Opa vergesslich, du. Heu, 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 heu. Heu, 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 heu. Machen wir eine große Wiese hinterm Hof. Und da hinten die Wiese am Silo. Machen wir Heu. Erstmal Schätze, wenn wir auch noch Räume haben, aber erstmal anfangen Dass wir ein bisschen was in Hofziegung haben Äh, im Ball Das wäre schon schickifany Läuft Führt wieder eben fix hin Zur Wiese, ne? Wollt ihr eben fix ohne? Dann haben wir es Zwei Wiesen sind es, aber das ist ja Spikron Würde ich mal behaupten Da war der Nachbar Der muss ja auch freundlich grüßen Feuer soll ein Mann Kloppt euch auseinander Mach mal an den Hubel Oh, oh, oh Wir haben zu wenig Leistung Pass mal auf So, wir sollen das schon nicht rollen Wir haben schon wieder zu wenig Leistung Das kann es doch nicht sein, ey Wir haben so viel PS Da kommt nicht ein Knick, ne? Jetzt war er am Laufen Guck mal, guck mal Junge, 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 Junge Jetzt haben wir schon so kleine Mähwege Und er will es nicht machen, ne? Das ist irgendwie nicht lustig Mach das Ding doch mal einfach aus Häng das mal eben bitte ab Ich hab doch das Gerät angewählt Ja, aber schon Danke Irgendwie ist das gerade nicht so lustig Wie mock wie das denn nun wieder? Guck mal, wir probieren das eben ein Komik Vielleicht geht das da mit Ich weiß ja nicht Also hier reicht die Leistung ja gar nicht Ja, der ist ziemlich realistisch angehaucht, ne? Der ist von Lars Darf man nicht vergessen Wenn sie von da her Halb so wild Wenn nicht, muss er leider gehen Aber das will ich eigentlich nicht Eigentlich war das nicht der Plan Dass er gehen soll No Du gockelst Die lübte Stellen wir den eben kurz rein Ab Wir müssen zum IAC Nützt nix Wenn gar nix mehr geht VC IAC Ja, schön Danke, ein bisschen Tablet Ich weiß nicht, was du schon wieder von mir willst Wir können Interesse gut Ab fort Irgendwas ist immerhin Letzte Zeit hat die Leistung nicht reich Da ist das nicht Sonst nicht so Molesse mitgehabt Bei diesem Kann sein, dass die Leistung nicht reich Wir müssen uns nix vormachen Also da Sind wir an der Belastungsgrenze Aber das war mir schon klar Ich fahr zu viel Vario Dass ich nicht schalten muss Mäht man gar nicht, ne? So So Straßengang rein Mach mal runter So, da frisst die Leistung Zappalotti Zappalotti Fressen die Leistung Guck dir den an Kommt von der Stelle Hier müssen wir uns was anderes überlegen Das hat ja so gar keinen Zweck Wie wir dann nicht mit mähen können Boah, schwierig, ne? Wir können uns ja jetzt nicht jedes Mal hier irgendein Gemüse mieten Nur damit wir irgendwie dies machen können Oder das machen können, ne? Ne, das bringt's noch Das kann's vergessen Oder das wird auch nix Muss auch nix Kuss Ähnlich, aber Ähnlich, was willst du machen? Guck mal, guck mal, jetzt kommt er so ein bisschen auf Thun Aber dann geht's gleich hoch Dann haben wir ihn wieder verloren Guck mal Die Schöne, ich wollte doch Dann wäre sie schon wieder weg Naja, das gibt's noch nicht Kommen wir mehr in die Bauern eben zu Ende Kommen wir nicht mal zu Er ist ein Ackergang Ja, das ist eine Zahl, wie es noch nichts Ganzes sei Und da hast du irgendwo gedacht, dass das mal eben so schnell geht, oder? Halt mal an Das bringt's ja nicht, müssen wir verkaufen Mach mal Das verkaufen wir Und kaufen uns hier die Sekten mehr Werke Alles andere ist ja gerade Schwachsinnig Würde ich mal behaupten, ne? Irgendwie geben wir mal ein Telefon auf den Zünder Ich kauf das mal Kauf In der Form waren wir eben zum Händler Und holen das Mehl weg Alles andere ist ja Bullshit Oder? Gibt's ja nicht Gibt's ja nicht mit vor Das ist ja nix für dich Da bringt auch nix die Arbeitsbräute bei der Geschwindigkeit Wenn du keine Geschwindigkeit aufbringst Dann kannst du auch 100 Meter Arbeitsbräute haben Du brauchst ja ewig Mit wegen Aim fix So ein Händler gebrackelt Dann Ding eingesackt Und fertig ist der Laden, ne? Und anderes geht, glaube ich, auch gerade nicht im Moment Da kommt nix So halt so Und uns eben behelfen Oh, schicke Mähwinkel Bitte mal an Danke Ne Opfer Och, Helgerlein Was machst du denn hier bei den Händler? Was hat mir viel der geholt? Für den Dreschkasten, oder was? Helgerlein Kaum sind wir im Dörfli Kennt die mich nicht, ne? Ich hab's so weit von gewusst Dieser Verkehr Nicht normal Damit wir das auch mal fertig kriegen, ne? Ich rät hier seit 25 Folgen von Heu, ne? Nix ist fertig mit Heu Weil immer rum Was ist in letzter Zeit? Ich weiß nicht, was das für Motte ist Der hat hier neuerdings ja gar nix mehr hier trecken Oh, nicht schön Lass mal auf, jetzt ist das zu groß Ne, aber das kann nicht sein Mach's hier auch bitte mal runter Ne, damit geht Guck So hab ich mir das vorgestellt Jetzt können wir auch arbeiten, ne? Ja, meine liebe Leute Ich sag jetzt erstmal Danke fürs Zugucken Wir sehen, ne? Wenn's euch gefallen hat Dann würde ich mich ja echt über ein Dornchen freuen Bin ich ja ganz ehrlich Und wenn's euch gefallen hat Hier auf dem Chaos-Kanal Und ihr wollt nix mehr Nix mehr verpassen Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss 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 Tschüss